äh, hallo Moin Kennt ihr mich noch? Und den anderen da? Also, wär nicht schlimm, wär nicht, weil irgendwie war ich acht Monate weg und damit auch der Typ da Äh, ja... Äh, ich, äh... Du konntest doch mal von wo du sprichst Von deinem Channel war es auch länger als acht Monate, weil, äh, 1. April war ich nicht dabei Durch meinem Channel ist es glaub ich ein Jahr Das letzte Videos ich gemacht habe war der 1. April, das war dieses Payday-Joke-Ding und, äh, da hab ich nicht mehr geredet Äh, Wul-Kaching-Wulululul und so Ja, ich bin jetzt, äh, ich bin aus der Versenkung zurückgekehrt, also... Naja, acht Monate Ähm, und zwar, das hat einen Grund Wie heißt das Kind? Welches Kind? Nein! Acht Monate und so, ja, ich neun, aber... Egal, ja Also, äh, ja Also erstmal möchte ich hier anmerken, dass was hier im Hintergrund läuft ist, äh, das Spiel ist relativ unbekannt Also, äh, wer das nicht kennt, dann ist ganz normal Weiß ich, ist jetzt vielleicht so bekannt, wie wird das nicht? Super Mario oder sowas Ähm, Overwatch heißt das Ist eigentlich ziemlich ähnlich wie Tetris, nur anders Ähm, ich kann's empfehlen Ist ein Geheimtipp Ähm, in der ersten Runde rasieren wir Die war so geil, Alter Unser Plan Wir haben... Kannst du das kurz erklären? Ja, ja Wir haben das aufgenommen, mit dem Ziel, nicht so wie bei Terraria, die ganze Zeit, ne, abgelenkt zu werden Denk ich mal, wird funktionieren, außer jetzt dieses kurze Glaber über das Gameplay Okay Und zwar Wir haben gar nicht... Während des Spiels haben wir schätze ich mal vergessen, dass wir das machen, um den Dingens, ne, um, äh, zu labern Denn die Runde ging etwas schnell vorbei Wir hätten jetzt ungefähr ein Double-Time rappen müssen, damit wir alles durchhaben und die Runde zu Ende ist Ja, wir haben jetzt zwölf Minuten Zeit insgesamt, glaube ich Und, äh... Äh, ja, 15, zwölf Minuten Ja, tatsächlich, in der ersten Runde haben wir rasiert, ich glaube, ich habe in beiden Farrah gespielt, oder? Äh... Ja, ich habe in beiden Gameplay gespielt Ja, Farrah Main Ähm, im Zweiten, guckt euch das mal... Guckt euch das an, vielleicht mache ich da eine Anmerkung hin, oder so Warum ist das nicht Player of the Game... Ich... Das war viel besser als McCree's Ich habe mich so aufgeregt deswegen, aber das ist ja jetzt auch... Second Game, ja Ähm, das erste Game kommt zuerst wahrscheinlich Egal, jetzt kommt Thema Ja, so, ich war acht Monate weg und das hat einen Grund Und zwar, einmal... Bin ich... Fauler Sack Das erklärt die ersten beiden Monate, oder sowas Ähm... Und danach hatte ich ein, äh... Windiges Problem und zwar Habe ich mein PC ein bisschen umgeräumt und das... Das lief ja auch alles gut und so Nun tat es das halt nicht Äh... Zu der Zeit habe ich Dead by Daylight angefangen Übrigens Dead by Daylight, ja... Dead by Daylight, ja... Dead by Daylight Okay, Dead by Daylight habe ich da angefangen und das... Das, äh... Lief die ersten paar Runden gut und plötzlich hat mein PC so gedacht, äh, nö Weißt du was? Wenn der Bildschirm nicht einfach schwarz wird, dann ist das ein cooler visueller Effekt Leider ist dann einfach alles, äh, ausgegangen und, äh... Hat sich wieder hochgefahren, äh... Schneller Boot-Up, alles schön und so, äh... Ich war nach zehn Sekunden wieder im, äh... Login-Bildschirm Leider aber auch, äh... Ist... Ich beschreibe mich einen PC-Crash, der ohne Grund passiert ist Ich hab drei Monate nach dem Grund gesucht Ich hab... Ich muss sagen, das waren mehrere Monate... Ja, das waren mindestens drei Monate Ich hab... Dann hat er abgefragt... Hey, GTA-Stadt 0 abgekackt Ja, das ist alles abgekackt Egal, was ich getan hab Am Anfang dachte ich halt, irgendwie, irgendeine Überforderung, Überlastung Ich hab nen ziemlich guten PC Besser als meiner Mein Rig ist ziemlich beefy Es sollte ziemlich viel funktionieren hier Und ich dachte mir so... Aber was ist der beefy? Ja Okay, mach weiter Wir müssen jetzt nicht weiter kommentieren Ja, aber ich musste das zwölf Minuten kommen So, äh... Neue Grafikkarte jetzt 1060, äh... RAM hab ich jetzt auf 16 geupgradet von 8 Und... Neues Netzteil Also erstmal Grafikkarte hat nichts genützt RAM hat nichts genützt, äh... Zusammen... also... Auseinandergebaut, zusammengeschraubt, alles versucht Alles softwaremäßig sowieso schon längst alles getan Äh... Es war nichts Wir konnten nicht rausfinden, woran es lag Also hab ich mir nach und nach Teile neu bestellt Bis es irgendwann beim Netzteil funktioniert hat Das hat aber seine 3 Monate gedauert Und, äh... Deswegen... War der... War ich irgendwie... Im Nirvana Nirwada? Nirwana 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 ist auf jeden Fall eine Band Okay Das ist der Grund, warum ich nicht da... Also... Einer der beiden Gründe, weil der andere ist Wie gesagt, ich bin ein fauler Sack Ich bin Rotog Nur dicker Rotog ist nicht faul Ich will gleich wissen, was der für ein Bizeps da hast Der Reinhard dran ziehen kann Guten Tag Mit einer Mercy im Rücken Okay Jedenfalls, äh... Ja, weißt du was? Schieben wir doch deinen Part hier ein Einfach nur so eine kleine Anmerkung Ja, es ist eigentlich nichts wirklich Besonderes Innerhalb der nächsten paar Monate Habe ich vor, mir eine GoPro zu holen Ich werde... Äh... Heute ist der wievielte? Heute ist der 9. Glaube ich, ne? Der 9. Dezember Der 9. Dezember Das letzte war am 1. 4. Ja, gekonnt ist gekonnt Ähm... Und ich hätte vor, mir da eine GoPro anzuschaffen Weil ich mir dann ein neueres... Schnelleres Motorrad... Eine neue IT Aber ein schnelleres Motorrad zulege Ich fahre seit über einem Jahr jetzt Motorrad Aber nur kleine Honda... Äh, so 125 Nichts Wildes also Und, äh... Ich werde nächstes Jahr 18 Im... Ja doch Ist auch im März, äh... Ist ja scheißegal, was ich jetzt sag oder nicht Ja, ist ja okay Und, ähm... Ja, da hätte ich halt ein bisschen... Wäre so eine Cross Machine Einfach so ein bisschen Wenn ich Bock habe, lade ich was hoch Wenn ich dann nicht, Punkt Das ist doch was, was ich sagen wollte Ich weiß doch früher, als ich das, äh... Rausgeschnitten hätte Weil... Es ist persönliche Information, aber... Ja... Ja... Ganz, ganz wild Haha... Oh nein Er heißt übrigens Bene No shit Und ich heiß nicht, äh... Oben rechts... Fabian spielt den Namen Das andere... Ich hab Overwatch eigentlich gar nicht Und das dann kommt von einem Freund, äh... Kommt, kommt... Kommt an Heiligabend So am 27. Ja, irgendwie dann so Dann kann ich ja nicht Ranked spielen Ja, dann spielen wir Ranked gemeinsam Ich hab auch schon in der Testphase gespielt Aber wieso... Was soll's... Ähm... Ja... Ja, das wär's damit So Motorradzeug und so Ähm... Ja, was betrifft denn diesen Channel hier überhaupt? Also... Es ist vielleicht schon bekannt, dass ich eine Menge Zeug angefangen hab Pfff... Wie viel war das? 26 oder so? Ich bin irgendwie auf 26 gekommen oder so Ich hab auch keines davon beendet Äh... Was mich zu dem Entschluss bringt, dass ich wahrscheinlich alles... Also das meiste davon... Hiermit abgebrochen habe What? Okay, Alter... Da war ziemlich... Ziemiger Scheiß dabei Aber ich möchte auch ehrlich gesagt nicht vom Channel löschen, weil es ist irgendwie... Ach komm... Ne? Warum? Ich find's ganz witzig So... Ähm... Deswegen alles, was ich bisher gemacht hab An... Reihen wird wohl abgebrochen Nicht, dass ich's eh weitergemacht hätte Und wenn du Subaumni Burst fast durch hattest Han Solo died? Yes! Rest in Peace Äh... Was hatte ich fast durch? Super Meatball? Äh... Vielleicht machen wir nicht... Ja... Das tun wir jetzt seit... Wann nicht mehr? Seit... Paar Jährchen Gut, Draken sang das RIP Ähm... Ja, und was ich jetzt wahrscheinlich tun werde ist, dass... Was stattdessen hier erfolgen wird, ist, dass ich... Es wäre unklug weiterhin irgendwelche Let's Play rein zu starten Oder wenn ich welche mache, dann selten Weil... Let's Plays ist so... Äh... Weil ich dann halt... Es ist bisschen pflichtmäßig Also Overwatch-Runden sind halt so... Genau... Du machst sowieso nebenbei und hast keine Pflicht Also es ist momentan ein Spiel Wenn er es hat wird, dann werden wir es wahrscheinlich beide suchten bis zum Gehen nicht mehr Ich hab da Urlaub, er hat Ferien Die würden nicht gut ausgehen für unseren Schlaf, aber egal Ja... Was für eine gute Überleitung dazu, dass... Was hier auf diesem Channel so allgemein erfolgen wird Und zwar Gameplay Das heißt, ein Ründchen hiervon, ein Ründchen davon Dann vielleicht eine Challenge da und... Aber allgemein wird vielleicht nicht nur Gaming-related Content erscheinen Wir haben da einen ziemlich coolen Plan Äh... Ja... Ob das funktioniert, das steht in den Sternen, das wissen wir noch nicht Aber... Ähm... Wenn es funktioniert, sehr coole Sache Äh... Ist halt nicht Gaming-related Und... Ja... Gameplay-Videos und was wahrscheinlich primär erfolgen wird, ist natürlich Overwatch Äh... DBD, also Dead by Daylight Terraria Äh... Payday 2 und GTA 5 So sieht's im Moment aus, es kann immer noch... Äh... Es kann immer noch was anderes dazu kommen Also bei GTA wär's wahrscheinlich irgendwie nur irgendwie immer noch ein Ründchen Deadline Oder ein bisschen Money gefahren Und ein bisschen gequatsche Und nichts regelmäßiges zu sagen, ne? Ja, also... Nichts regelmäßiges, Punkt Ich würd mich gerne in Overwatch auch ein bisschen mehr zurechtfinden Vielleicht ein bisschen professioneller werden Naja, das Problem ist... Genji! Main! Ich bin nicht ultimativ scheiß in Overwatch, aber es... Ich auch nicht Es wär halt schon cool Die Runde war auf jeden Fall nice, ein Tod Und irgendwie 20 Kills Es wär schon cool, das so ein bisschen zu steigern Also als Pharah kann ich jetzt genug, aber... Ja... Das war's eigentlich auch schon meinerseits Was... Von mir gibt's auch nicht viel und ich glaub so viel Zeit haben wir bei mir Ich möchte so... Ich muss so unter den 12 Minuten halten, äh... Am Ende jetzt kommt nochmal gleich die, äh... Und die Endszene des ersten Matches rein Mit Ton Ähm... Das ist mein Dingens, mein Play of the Game Ja, wo Bene... Das schau ich gerade an Ah, so schön, ey RIP, yes, no Äh... Ja, und damit... Bevor hier's noch weiter ausläuft Verabschied ich mich erstmal Immer ja auch Wahrscheinlich kommt es gleich da hinterher noch ein Auferwatch-Video Ja Aber mit Commentary Also ich Commentary einfach quatsche Also, ja Yo Ciao Ciao �x 3 2 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 Ok Alter, das ist ja ja genau die Szene, Alter Kimi Wow Was war das denn? Wir müssen... Ich nehm mal doch ne...